Hä? Wo bin ich, Alter? Ich bin hier in vier Räumen eingesperrt. Hä, was ist das für eine Map? Ah, warte, hier geht's los. Ich stopp den Server aber gerade, du kannst gar nicht mehr spielen eigentlich. Wir spielen hier in der letzten Fursch, ich spiel einfach weiter. Ja, Tito. Was ist das für eine weirde Map? Oh, warte, hier ist ein Treffen. Hm, ich finde Waffe eben. Ich bin Schweizer. Ne, ich bin da noch. Wie könntest du spielen? Der Server ist down. Was? Ey, da läuft jemand. Es gibt eins. Andi, Andi, ist es so warm. Ne, ich bin's nicht. Ich bin einfach in und ich schieß einfach mal, Leute. Oh nein, das ist ungut. Nein! Wer war da? Er ist wirklich in und er schießt, Leute. Oh mein Gott, Andi. Mein Karma geht flöten. Hä? Alex ist straight. Was ist das? Okay, warte. Ich leite dich noch kurz an. Ich weiß, wo er ist. Ne, Alex läuft. Okay, Alex gab es nichts. Alex bewegt sich, okay. Jo, richtig nice.